Ergebet Bathory, aber ihr wahrer Name ist Hecate. Sie streicht dem Detektiv über die Hand. Die Spritze verschwendet. Nur eine Illusion. So wie die Einstiche in meiner Armbeuge, aber die Wirkung bleibt. Der Detektiv hat sich in einen Greis verwandelt mit schlohweißem Haar, das zu Boden fällt. Sein vertrockneter Körper sinkt vom Stuhl und zerstiebt. Und Hecate wirkt noch lebendiger als gerade eben. Ihre grünen Augen, ihr rotes Haar. Diese Augen.